Moin moin, der Geist ist wieder da. Ich habe eigentlich erst am Montag mit ihm gerechnet, aber scheinbar ist er wohl schon seit gestern da. Ich habe ihn gestern bei mir nicht gespottet, war wahrscheinlich zur falschen Zeit im Angelbereich, da bin ich ja eh nicht ganz so oft. Wie viele wahrscheinlich? Aber er ist wieder da. Der Geist taucht bis zum 1.11. jeden Tag vier bis fünf Mal für circa eine Stunde auf, also nicht für circa für eine Stunde. Und in dieser Zeit könnt ihr ihn fangen, allerdings nur einmal am Tag. Das heißt, wenn ihr ihn gefangen habt, dann taucht er zu den anderen Zeiten an diesem Tag nicht mehr auf. Nicht, dass ihr euch da wundert. Fangen ist relativ einfach. Ihr geht halt in den Angelbereich und der steht dann irgendwo rum, meistens da oder hier irgendwo. Nicht zu übersehen, würde ich behaupten. Einfach antippen und ihr bekommt irgendeine Belohnung. Das sind dann Tools oder irgendwelche Kleinigkeiten, manchmal sogar eine Dekoration. Also ich glaube, die letzten Jahre gab es da noch immer mal eine Dekoration, aber auch nur dann, wenn man die noch nicht hatte. Da gab es Sonderregelungen, keine Ahnung. Ist mir dieses Jahr nichts bekannt, was das angeht. Und die Zeiten, zu denen er auftaucht, die poste ich euch unten in die Beschreibung. Dann habt es ein bisschen einfacher. Ja, könnt es euch rauskopieren oder was auch immer, was ihr damit halt machen wollt, wie ihr euch es notieren wollt. Auf jeden Fall stehen die in der Beschreibung. Einmal am Tag den Geist einsammeln und ihr werdet happy. Und nicht vergessen, am Montag geht Grecks Halloween-Kalender los. Das heißt, am Montag gibt es dann auch wieder hier bei Greck auf der Farm. Einfach rüberswitchen. Ja, Kürbisse. Also da stehen dann hier so Kürbisse rum mit Zahlen nummeriert und da könnt ihr entsprechend Belohnung einsammeln. Wir können noch mal schnell schauen, wie lang das geht. Mehr Anzeigen. Ereigniskalender für Oktober. Da steht es nämlich drin, Grecks Kalendereignis zu Halloween, 14. bis 25. Jahrzehnt. Ja, da werde ich dann aber noch mal, wenn es anfängt am 14. am Montag, noch mal ein kurzes Video machen und euch dann noch mal Grecks Farm zeigen und wo ihr die Kürbisse findet. Genau, und dann können wir da loslegen. Und bis dahin, fleißig jeden Tag euren Geist einsammeln im Angelbereich. Auch wenn wir das Angeln vielleicht nicht so mögen. So sieht es aus. Viel Spaß euch. Bye, bye. Bye.